Der Gameboy Adventskalender Ja, der Gameboy Advent, Adventskalender Der Gameboy Adventskalender Der Gameboy Adventskalender Der Gameboy Adventskalender Ja, der Gameboy Advent, Adventskalender Der Gameboy Adventskalender Der Gameboy Adventskalender Heute Metal Gear Solid für den Gameboy Color Yo, 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 das ist das geilste Videospiel, das ich je in meinem Leben gespielt hab Spoiler Alarm, Spoiler Alarm Also, da ist dieser Typ namens Solid Snake Und das heißt auf Deutsch stabile Schlange Ich hab auch ne stabile Schl- Stopp! Wie dieser Satz zu Ende geht, kann sich jeder denken Und dann Solid Snake- Ring, Ring Moment Ja? Was? Das Spiel ist für den Gameboy Color und nicht für den Gameboy Classic? Woran soll ich das denn erkennen? An den Farben? Mann! Wenn ich Pillen gefressen hab, sind alle Gameboy-Spiele bunt Und Solid Snake so Ich brauch nen Auftrag Und dann ist da dieser Typ namens Colonel Und der so Snake, ich hab nen Auftrag Und dann Snake so Voll gut, ich brauch ja nen Auftrag Und dann hat er nen Auftrag Also geht Snake so nach Afrika und muss sich wo reinschleichen Weil ist so Und dann kommt er so an so ner Wache vorbei Und dann Snake so Und dann die Wache so Und dann schleicht Snake so vorbei Und dann die Wache so Oh, da hat mich einer niedergeschlagen Und dann ist da diese Tussi namens Mei Ling Und Mei Ling so Hallo, willst du speichern? Und dann ist da diese Tussi namens Chris Und dann Chris so Hilf mir Snake Und dann ist da dieser Typ namens McBride Und McBride so Ey Snake, du machst genau was ich dir sage Und dann ist da dieser Typ namens Weasel Und dann das Weasel so Hallo, ich weiß voll viel Zeug Und dann Snake so Ey, wie soll ich mir so viele Leute auf einmal merken? Und nachdem alle eine gefühlte Stunde miteinander gesprochen haben Entscheidet sich Snake, dass er Chris retten will Sie ist blond Ihr versteht schon Also geht er vorne in das Gebäude rein Und dafür muss er durch die Kanalisation Was lernen wir daraus? Äh... Wie wär's mit Wenn du eine Blondine haben willst Musst du manchmal durch Scheiße kriechen? Jedenfalls findet er Chris Und dann Chris so Also die Black Chamber hat Mittelgier für die GLF gestohlen Und die bestehen aus vier Kämpfern Der eine hat nen Bumerang, der andere Barionetten Der nächste nen Flammenwerfer Und dann ist da noch dieser Typ namens Weiber Ich geh jetzt mal zum Elektrizitätswerk Geh du so lange zu den Kassern Um Jimmy Hawk zu finden Der hat Mittelgier mitentwickelt Und weiß vielleicht Irgendetwas Jedenfalls geht Snake dann durch den Dschungel Und da trifft auch Slasher Hawk Und dann Slasher Hawk so Weißt du, ich war immer so ein komischer Typ aus Australien Alle fanden mich komisch Und meine Eltern haben mich nie wirklich geliebt Der sagt Haben sie mich ausgesetzt Und Weiber hat das Weiber hat sich Und Snake so Und Slasher Hawk so Und dann geht Snake so durch die Kaserne Und muss sich da voll durch so ein Fließbandsystem schleichen Und das sieht so aus Spannend Und schließlich findet Snake Jimmy Und dann Jimmy so Boah Snake, du wirst nicht glauben, was hier so alles abgeht Es ist so fucking komplex Und dann Snake so Bitte fass es auf einen Atemzug zusammen Und dann Jimmy so Und Snake so Und dann fällt der Strom aus Ich hatte auch schon mal einen Stromausfall Weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt hab War aber auch nicht schlimm Ich habe die Zeit nämlich sinnvoll genutzt, um die kalte Fusion zu entdecken Mein Fusionsgenerator passt gerade mal in eine Überraschungseikapsel Aber Snake muss also in das Elektrizitätswerk Um es lahmzulegen Das erledigt er mit einer Bazooka Nachdem er eine Dose Ravioli mit einer Kettensäge öffnet Und mit einem Elektroschocker sein Gameboy Pocket auflädt Und als der Strom weg ist Kommt so ein Typ namens Pyro Bison Und Pyro Bison so Ich habe einen Flammenwerfer Und dann Snake so Cool, mit so einem Teil zünde ich immer meinen Adventskranz an Und da macht Snake den Typen voll tot Und wenn ihr gedacht habt, die Story wäre so schon viel zu kompliziert Jetzt kommen erst noch die Twists Twist Nummer 1 Die Black Chamber hat die GLF nur benutzt, um selbst am Metal Gear heranzukommen Als dann das Ewart zerstört wird, folgt Twist Nummer 2 Metal Gear braucht gar keinen Strom Er wird nämlich mit Luft und Liebe betrieben Wenn man also einen Atomschlag will Muss man ihn einfach nur ganz durchknütteln Doch dann trifft Snake wieder Jimmy Und Jimmy so Ich glaube, Chris ist eine Verräterin, weil Boom! Und er explodiert Und dann McBride so Ich glaube, Chris ist eine Verräterin Und dann das Weasel so Ich glaube, McBride ist ein Verräter Und dann Snake so Äh, wer wart ihr zwei nochmal? Und dann rettet Snake nochmal, Chris Und Twist Nummer 3 Chris ist keine Verräterin Hatte aber einen super Geheimauftrag von oberster Ebene Die ganze Mission ist so kompliziert, die müsste man gar nicht geheim halten Die Hälfte der Leute hat nach Guten Morgen sowieso nicht mehr zugehört Dann findet Snake Metal Gear Das ist voll die große Ballermaschine Und die muss er zerstören Wie bei Delta Star Und kaum liegt Metal Gear in Trümmern Twist Nummer 4 Der General der GLF hat Black Chamber und die US-Armee hintergangen Um von der US-Armee versorgt zu werden Twist Nummer 5 McBride ist das fünfte Mitglied der Black Chamber Und dann der Colonel so Oh Gott, was sollen wir tun? Und dann Weasel so Ich hab McBride gerade erschossen Und dann alle so Danke Weasel Und dann Weasel so Gern geschehen, ich bin übrigens auch ein Verräter Und soll euch alle umbringen Und dann alle so Oh Und dann Weasel so Mach ich aber nicht, weil irgendwie find ich euch alle cool Und dann alle so Danke Weasel Und dann Weasel so Gern geschehen Und dann Snake so Was zum Teufel ist hier eigentlich gerade passiert? Und dann ich so Was zum Teufel ist hier eigentlich gerade passiert? Ich hab mich doch echt voll gefreut, dass ich rumballern darf Päp, 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 päp Und Sachen in die Luft jagen darf Und Leute verprügeln darf Ey Ja, so sieht das aus, wenn ich in der Schlägerei bin Und dann labern die Typen sich zu Mit irgendeinem Scheiß, den eh keine Sau versteht Ich hab mal versucht, die Handlung schematisch aufzumalen Und doch in 100 Jahren werden die Historiker beschäftigt sein Nicht damit ellenlangen Koalitionsverträge zu entziffern Oder damit zu verstehen, wie wir nur so blöd sein konnten, radioaktives Material in der Erde zu verwuddeln Oder mit der Frage nach dem Sein an sich Nein Nur damit, worum es in Metal Gear Solid eigentlich ging Ich bin Barot Wilhelm von Assi Und jetzt geh ich mir erstmal einen Auftrag suchen Ey, hat jemand einen Auftrag für mich? Mann, ey Hey, ich könnte doch auch eine Blondine suchen gehen Ich muss dafür nicht mal durch Scheiße kriechen Ich kenn einen besseren Weg Ein Tipp Die kalte Fusion hat nichts damit zu tun Der Gameboy Adventskalender Der Gameboy Adventskalender Kalender